Den Wert der Dinge, die wir uns wünschen, können wir gut einschätzen. Ein Goldbarren, ca. 539 Euro. Eine Reise nach Mallorca, ca. 539 Euro. Den Wert der Dinge, die wir täglich in Händen halten, die zu unserem Alltag gehören, unterschätzen wir oft. So waren wir fassungslos, anhand der Rechnung unserer Mercedes-Werkstatt festzustellen, dass der Wert unserer zwei neuen, funktionsfähigen Mercedes-LKW-Schlüssel 539,64 Euro beträgt. Uns und unseren Fahrern waren nicht bewusst, täglich einen Goldbarren in der Tasche mitzuführen. Nicht auszudenken, wie wertvoll unsere Schlüssel mit Zentralverriegelung wären. Wir sind sehr stolz, Mercedes-Schlüssel im Wert von 539,64 Euro zu besitzen. Schade nur, dass das Mercedes-Logo fehlt. Dieses kraftvolle, muskulöse und atemberaubende Schlüsseldesign hätte tatsächlich zwei Sterne verdient.